halle halle es geht weiter mit kreuzzugs marsch und so das war die ja das war die mission ja vier ratten pause ja ich glaube da muss ich nicht viel groß dazu sagen ich versuche hier eine mauer zu ziehen fortsetzen und dann wird sich das alles ziemlich schnell ergeben ich mein das sind ratten am anfang nervenzonen das war's dann habe ich hinten bäumchen dann bauen wir mal eine getreidefarm noch eine und noch eine gehen dann hier rum hier rum und ein seltener posten rein platzieren ein Das war's. Der Bergfried ist komplett. Hier ein Türmchen. Das war's. 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 Warum? Ich hab's. Das war's. 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 Linear. Das war's. 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 Das war's.